Da läuft ja wirklich alles aktuell nach Plan in den Wettermodellen, war wie gesagt vor einer Woche schon erkennbar. Da kommt wahrscheinlich eine Wetterumstellung zum 1. September. Dann war es immer so ein leichtes Hin und Her, wie warm wird es werden, wie stabil ist die ganze Wetterlage. Und jetzt erkennt man sogar in Ansätzen eine sogenannte Omega-Wetterlage. Da bäumt sich ein fettes Hoch über Mitteleuropa auf nächste Woche. Das ist die Wetterkarte für nächste Woche Mittwoch. Und wir sehen ein stabiles Hochdruckgebiet von Westeuropa über Mitteleuropa fast bis nach Osteuropa reichend. Und das würde uns granioses Spätsommerwetter in Deutschland bescheren. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter am Donnerstag hier bei wetter.net. Also die Würfel scheinen gefallen zu sein und zwar für das stabile Spätsommerwetter in den nächsten Tagen. Los geht es am Samstag und Sonntag im Süden. Und dann setzen sich die warmen Luftmassen ganz langsam auch im Rest von Deutschland durch. So zumindest der aktuelle Stand der Wetterprognose. Der August, der ist 18,4 Grad temperiert gewesen in diesem Jahr. Und das ist 1,9 Grad wärmer als das alte Klimamittel und 0,3 Grad wärmer als das neue Klimamittel. Also da war es ja fast im Lot gewesen. Aber es war ein sehr nasser August gewesen. Bisher 117 Liter Regen pro Quadratmeter. Das sind 152 Prozent vom Normalwert für einen Monat August. Und wir hatten bisher 180 Sonnenstunden. Und damit ist das Soll für diesen Monat zu 90 Prozent erfüllt worden. Heute endet der August. Und heute endet auch der meteorologische Sommer 2023. Morgen beginnt dann für uns Meteorologen der Herbst. Und der Herbst beginnt standesgemäß im Westen mit Regenwolken. In der kommenden Nacht, da regnet es zum Teil relativ kräftig in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz bis runter ins Saarland. Da können punktuell 15 bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel kommen. Aber danach ist es dann doch überwiegend trocken. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Da kommt dann nicht mehr viel vom Himmel runter. Da haben wir wieder eine längere, trockene Wetterphase vor uns. Weil sich eben dieses stabile Hochdruckgebiet über Deutschland legen wird. Und das ist die Wetterlage in 1500 Metern Höhe. Warum in dieser Höhe? Weil man da losgelöst vom Erdboden sehr schön sehen kann, wo sind warme Luftmassen unterwegs, wo sind kühle Luftmassen unterwegs. Die kühlen Luftmassen sind hier bei Osteuropa zu finden. Und die Wärme, die kommt spätestens am Samstag, Sonntag hier im Süden bei uns in Deutschland an. Das ist die Lage am Montag im gesamten Südwesten bis zu 15, 16, 17 Grad in 1500 Metern Höhe. Und die Wärme setzt sich dann wahrscheinlich auch bis in den Nordosten durch. Noch mal der Blick auf die gleiche Karte, aber für nächste Woche Donnerstag, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und zwar die Prognose vom europäischen Wettermodell. Und da sehen wir sogar sehr warme Luftmassen von den britischen Inseln über Belgien, Frankreich bis nach Deutschland. Zum Teil 18, 19 Grad in 1500 Metern Höhe. Und das kann überall in diesen Bereichen noch mal Temperaturen um oder über 30 Grad bringen. Teilweise Richtung Südfrankreich 38, 39 Grad sind dann noch mal möglich. Und die Wärme schafft es auch bis in den Nordosten, wenn auch in abgeschwächter Form. Ja und das amerikanische Wettermodell sieht das Ganze relativ ähnlich. Noch mal kurz zurück. Das war die Prognose vom heutigen Frühlauf, vom europäischen Wettermodell. Und das hier ist die Prognose schon vom 6-Uhr-Lauf, vom amerikanischen Wettermodell. Auch für nächste Woche Mittwoch auf Donnerstag. Und da sehen wir auch die warmen Luftmassen. Die reichen hier von Großbritannien bis zu uns nach Deutschland in der Höhe 17, 18, 19 Grad. Das heißt unten am Erdboden überall hochsommerliche Temperaturen, zum Teil knapp über 30 Grad in diesen Regionen. Und hier im Nordosten auch immerhin noch Werte um die 25 bis 26 oder 27 Grad. Ein Blick auf die Ensemble-Prognose zeigt uns auch für Düsseldorf die Stabilität in dieser Wetterlage. Die Temperaturen steigen auf 25, 26 Grad an und bleiben dann über mehrere Tage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 Tage wahrscheinlich auf diesem Niveau. Also 8 Sommertage, 8, 9 Sommertage könnten da vor allen Dingen im Westen noch mal drin sein. Und wir sehen auch, die Regenfälle sind fast komplett verschwunden. Was wir da noch sehen, ist so ein bisschen Regen in der kommenden Nacht auf den 1. September. Und morgen am 1. September der Regen. Und danach ist Schicht im Schacht, dann bleibt es erstmal mehrere Tage im Westen trocken. Bis zum 8. September ist dann eigentlich gar nichts mehr zu erwarten. Und dann gibt es auch nur ein paar zaghafte Signale auf der Niederschlagskurve. Das Ganze könnt ihr wie immer live verfolgen in unserer wetter.net Wetter-App. Einfach mal runterladen im Google Play Store, installieren und gerne mal testen. Und uns gerne auch einen Kommentar dazu hinterlassen. In der kommenden Nacht, wie gesagt, zieht Regen von Westen heran. Teilweise in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, im Saarland, in Hessen, in Baden-Württemberg. Das Ganze zieht dann zum Morgen weiter Richtung Osten. Die Temperaturen gehen dann bis morgen früh auf 14 bis 10 Grad zurück. Ja, und diese Regenwolken, die gehören zum Tief Günther. Und nach dem Günther ist dann Schluss mit Nass. Dann wird es wärmer, dann wird es trockener weitergehen. Aber morgen eben noch immer ziemlich wechselhaft. Ab und zu dichte Wolken, zeitweise Regen. Die Temperaturen maximal so 18, 19 bis 20 Grad. Nur im äußersten Süden schon wärmer 25 bis 28 Grad. Und dann kommt aber der Samstag. Dann kommt der Sommer nochmal so richtig in Fahrt. In der Landesmitte und im Süden 26 bis knapp 30 Grad. Im Norden und Osten insgesamt kühler 22 bis 24 Grad. Da sind auch ein paar Wolkenfelder unterwegs. Und auch hier im Westen und Südwesten, da sind zum Abend Richtung Eifel, Westerwald, einzelne Gewitter und kurze Schauern nicht ganz ausgeschlossen. Aber dann zum Sonntag doch weit verbreitet trocken. Ein paar Wolken nach Norden hin, hier am kühlsten mit 21, 22 oder 23 Grad. 24, 25 Grad, so von Berlin, Brandenburg bis nach Thüringen rüber. Und ansonsten in der Landesmitte und im Süden 26 bis 31 Grad. Da kann es also besonders am Oberrhein und im Rhein-Main-Gebiet einen Hitzetag geben. Ja, und der Montag, was soll ich sagen? Es bleibt bei diesem stabilen Hochdruckwetter viel Sonnenschein von Flensburg bis nach Garmich-Partenkirchen. Die Temperaturen steigen auch im Norden und Osten wahrscheinlich an auf 26 bis 28 Grad, bis zu 32 Grad am Oberrhein. Und auch der Dienstag bringt keine große Wetteränderung. Das stabile Spätsommerwetter bleibt uns in ganz Deutschland erhalten, wobei es im Norden weit am kühlsten ist, bei 22, 23 Grad. Ansonsten 26 bis fast 33 Grad am Oberrhein. Da gibt es also einen Hitzetag nach dem anderen. Hier im Südwesten, da erleben wir sogar eine kleine Hitzewelle in den nächsten Tagen. Ansonsten meist angenehmes Sommerwetter. Und wer nörgeln möchte, kann das tun an der Nordsee oder im Norden. Tut dir der eine oder andere gerne bei unseren Kommentaren. Da wird es eben nur 23 Grad geben und auch strahlen blauen Himmel und viel Sonnenschein. Ansonsten der Mittwoch nächste Woche auch überall freundlich und nach Süden hin sommerlich. Und wie gesagt, hier im Südwesten Hitze möglich von knapp über 30 Grad. In einer Woche der Donnerstag immer noch stabiles Hochdruckwetter. So der aktuelle Wettertrend. 24 bis 31 Grad werden da gemessen. Täglich auch da wieder 12 bis 13 Sonnenstunden. Und nochmal der Blick auf die Regensummen bis nächste Woche. Samstag bis zum 9. September. Und da sehen wir vor allen Dingen hier im Westen und in der Landesmitte Niederschläge. Und das sind im Grunde diese Regenmengen, die alle in der kommenden Nacht und morgen Vormittag und morgen Mittag fallen werden. Danach ist hier Schluss. Was wir dann sehen, da kommt erstmal nichts mehr runter bis nächsten Samstag. Dann bleibt es einige Tage am Stück trocken. Und wir können, wer es sich zeitlich leisten kann, das schöne Spätsommerwetter auch nochmal im Freien genießen. Bei einer Wanderung, bei einer Radtour oder auch bei einem Besuch im Freibad. Ist auch im Südwesten möglich bei Temperaturen von knapp über 30 Grad. Ja und nächste Woche Samstag am 9. September. Wir sehen es immer noch sehr warme Luftmassen. Im Süden bis zu 16, 17 Grad. Auch im Norden 12, 13 Grad. Das sind ja auch locker 24 bis 26 Grad. Im Südwesten weiterhin 28 bis 30 oder 31 Grad. Also die gesamte nächste Woche könnte relativ schön werden. Der Spätsommer, der dreht da so richtig auf. Und jetzt zum Schluss der Blick auf die Ensemble-Prognose. Und da hat sich auch immer mehr getan. Wir hatten es verfolgt in den letzten Läufen. Es ist immer weniger Niederschlag berechnet worden. Und jetzt sehen wir hier im Norden fast überhaupt nichts mehr. Vom 2. September bis zum 8. September, 10. September fast. Überhaupt kein Regen mehr. Kaum noch Ausschläge. Auch danach nur einzelne Schauer und Gewitter. Und die Temperaturen relativ konstant im Mittel um 25 Grad bis zum Ende des Trendzeitraums. Und genauso sieht es auch im Westen des Landes aus. Kaum Niederschläge in Sicht. Es bleibt trocken. Fast eine komplette Woche oder mehr im Westen trocken. Danach Temperaturen auch hier 25 Grad konstant. Mit einzelnen Ausreißern Richtung 30, 31 Grad. Das gleiche im Osten. Mehrere Tage am Stück trocken. Entspanntes Spätsommerwetter zum Genießen. Da muss man auch keine Panik bekommen, wie einige gerne kommentieren. Und dazu die Temperaturen auch hier. 25, 26, 27 Grad. Und wir schauen nach Süddeutschland. Auch hier sehr erholsames Wetter. Wer nächste Woche in Wanderurlaub geplant hat, kann sich glücklich schätzen. Es gibt viel Sonnenschein, angenehme Temperaturen in den Tätern bis 25 Grad. In den höheren Lagen so um die 14, 15, 16 Grad. Und auch hier bleibt diese konstante Wärme mehrere Tage erhalten mit wenigen Regensignalen. Und zum Schluss noch der Blick in die Landesmitte hinein. Auch hier insgesamt trocken. Die nächsten 7, 8 Tage ist hier mit Regen nichts drin. Es bleibt trocken, wie gesagt. Temperaturen um die 25 bis 26, 27 Grad. Auch hier gilt einzelne Ausreißer bei 30 Grad. Kurzum, der Sommer ist da, der Spätsommer. Und der bleibt auch wahrscheinlich ein paar Tage erhalten. Ein paar Tage mehr, als es zunächst zumindest mal den Anschein gemacht hat. Aber die Details, die warten wir natürlich noch ab. Vielleicht kommt dir noch so ein kleines Höhentief reingemogelt nächste Woche. Mal abwarten. Das war es vom Wetter. Tschüss, bis bald.